Hallo Sascha! Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Informatik, weil das interessant ist. Und dein Lieblingsfach ist die meine, weil ich mag Dance. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Freude, weil wir spazieren gehen. Und dein Lieblingsfach ist Donnerstag, weil ich... Lieblingsfach ist ein Lieblingsfach. Lieblingsfach ist ein Lieblingsfach. Ich mach alles, Vater. Und dein. Und du. Ich mach alles, Vater. Tschüss Sascha und da. Tschüss.